Hallöchen hier, der Nahle 4 und willkommen zurück bei World of Warcraft, wo es weiter geht hier zurück. Ja, beim 15th Anniversary Deathwing Mount Speedrun, was jetzt heißt, hier in Draenover weiter zu festen, rund um die Festung herum. Ja, mal gucken, Stufe 98 würde ich heute ganz gerne mir erspielen, dass du das Ziel heute Abend vielleicht noch mehr, wäre cool. Schaust du mal, so, jetzt mal gucken, was hier zu machen ist. So, genau, hier erstmal bestimmt hier diese Vorräte sammeln. Und diese Lastenbewerber umprügeln. So. Das wird auch mal lacht. So. Okay, die haben die Sachen auch wieder dabei. Prächtiges Fell. So, zum Glück stehen die ja mal rum hier. Okay. Dann ist es noch den jeden Grobkillen. So, da ist noch irgendein Elite-Vieh. Den man ja auch rumklatschen könnte. Gibt das da in dieser Höhle drin, ne? Kommt, wir lernen, ob es da ist. So. Die gehen bestimmt gut up hier. Okay. So. Ich bin doch durch die Zeit nur durchgelaufen. Was ist denn los? Jetzt aber... Ich hoffe, die geben die überhaupt noch EP. Auf jeden Fall geben sie hier die Ressourcen, die ich brauche. So. Gleich ist er Platz. Da komm. Geht um. 1800. Und. Oh, Beine, okay. So scheiße, was kann ich eigentlich hier fliegen? Ich kann hier fliegen, ne? Ich kann auch das Zeug hier umhauen. Oh, und Bergbau von Drainer. Das wird natürlich gelernt. So, auf geht's. Sehr schön. Jetzt ist die Frage auch, wie viel so ein Eisen hier gibt's. So. So, ich, da ist ein Herz. Gut, holen sie auch noch. Jetzt müssen wir drauf achten. Okay, 4700. Gut, wegen Ruhe, EP. Okay. Jetzt das schon rein ist. So. Wir müssen hier lieber her. Krog. Krog getötet. Du musst hier irgendwo rein. Ist hier in der Höhle drin? Scheint so. So. Ja, da pimmelt er rum. Okay. Jetzt sehe ich vielleicht den Putt, die da unten gelaufen kommt. Ja. Die kommt auch noch mir entgegen. So. Genau. Gerade ab. Da ist mein Kleinhelm. Der Wind. Da ist mein Kleiner nicht ins boots. Ich gehe dir dieten Krog. Schau leather nicht inszu. Deswegen bin ich her, die im Kopf. Der Wind. Der Wind. Der Wind. Wacht. Und. Der Wind. Die haben aber auch so übertriebenste Fingerpoints. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Gut. Dann nix wie raus hier. So, dann abgeben. So, da oben geht es auch noch hin. Aber erstmal hier in der Umgebung, um die verfügbaren Quests zu machen. So. So, wo muss ich leben? Ja, genau. Sehr schön. So, findet und erlernt den Gassionsbauplan von der Kaserne. So, das galt hier am Tisch zu machen, ne? Okay. Dann lernen. Und jetzt das Ding bauen. Hier vorne, genau. Kaserne. Genau. Ah ja genau, hier hinziehen. Folgt hin zum Bauplatz. Arbeit! 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 Jawohl. Kaserne Level 1. Arbeitstrupp steht bereit. Sehr schön. Gut. Sprecht mit Kriegsmeister Zock. Kansionsfähigkeit, wir sind ohne freigeschaltet. Durch drei Sekunden unterstützen. Okay. So. Rettet Olin Umberfeld. Vorwärts zum Sieg. So. Mit der Veränderung. Warte, wer war das jetzt? Das ist bei der Eins. Ach, da vorne. Dann gehst du da mal hin. So. Schau's da mal. Vielleicht hier in der Hölle. Ja, hier in der Hölle, ne? Das klebt ja in der Schnauze, oder wie? Das ist echt. So. Auf geht's. Oh, Gott, hast du mich jetzt erschrocken? Ey, boah, du Pimmel. Meine Güte, ist ja. So. Da kommt irgendwie so ein Viech und schnappt mich. Da war es nur ein Taucher. So. Okay. Die letzte Brav mitnehmen. Jetzt echt einige. So. Das sind alles Erfahrungen. So. Das hat mich vergessen. Gut. Dann zurück und abgeben. Okay. Der war. Hier drin. So. Jetzt haben wir den. Jetzt kann ich ihn, glaube ich, auch für eine Mission verwenden. Schickt auch nur über bewirztliche Reine Mission. Jawohl. 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 Okay. Nein. Und los geht's. So, das ist erledigt. Dann. Machst du hier mal weiter. Hört dem Land zu. Seid vorsichtig. Und er hat auch noch was. Wo kann ich helfen? Okay. Benutzt den Architektentisch, um eure große Halle aufzuwerten und eure Galenisierung auf Stufe 2 aufzuwerten. Okay. Sprecht mir einen gefallenen Stampfruf in Ashran. Ja, ja, ja. Ich kümmere mich drum. So. Große Halle. Aufwerten. Jawohl. Ich habe euch und eure Truppen viele Schlachten auf Draenor gewinnen sehen. Nun stellen wir uns gemeinsam der größten Herausforderung. Der Eisernen Horde. Sehr cool. Okay. Sehr schön. Stufe 2. Das ging ja hier. Sehr schnell. So ist er da. Okay. Dann gibt es da hinten noch was. Kannst du auch noch mal hingehen. Und wer hier noch... Nee, komm. Das brauchen wir nicht. Das kostet zu viel Zeit. Das letzte Mal. So, dann. Mit dem Himmelshorn. Ja, genau. Seid gegrüßt. Und die Rashra. Ich will dich da Rashra. Nee, komm. Hier, mach den erst mal. Und gut ist. So. Ich glaube, der bringt mich hier alleine noch Wolfs Bauch. Das heißt, die Sache hier um Ashran. Kannst du mal abbrechen. Das kannst du zum späteren Zeitpunkt. Oder auch gar nicht machen. Ich wohne mal hier gar nicht. Was ist das? Ich sehe eine Festung aus Stein. Die Speerspießerfestung. Einst ein ferner Außenposten des Ogre-Imperiums. Wenn wir eine Überlebenschance haben wollen, müssen wir die Ogre aus ihrer Festung vertreiben. Okay. So, das braucht nur eine halbe Stunde. Jetzt erst mal hier hin. Genau. Hey, Dorotan. Familie bedeutet Stärke. So, bittet Draka ins Kriegshorn zu blasen. Lass nie einen Wolf zurück. Okay. Der hat auch noch was. Wie läuft der Kampf? Geht zum Schamanstein in Vorkaul und erhaltet eure Segen. Mögen die Geister euch begleiten. Jetzt müssen wir das Horn blasen. Hier, genau. Ganar hat den Appell nicht abgewartet. Geht. Er ringt uns einen großen Sieg. Sagt meinem Gefehlten, ich werde das Dorf bis zu seiner Rückkehr verteidigen. Krieger. Heute wendet sich das Blatt. Wir kämpfen gemeinsam. Wir reißen die Festung an uns. Und befreien die Sklaven in ihrem Inneren. Kämpft mit vereintem Willen. Euer Arm wird den Krieg daneben. Euer Bruder ist bereits aufgerückt. Wird euer Schild sein. Jetzt müssen wir hier auch noch was. Jetzt müssen wir den Segen nehmen. Aber sehr ungeduldig. Und er hat einige unserer besten. Nie hört er zu. Seine Rücksichtslosigkeit wird uns noch teuer zu stehen kommen. Was ist denn hier unten? Ah ja, okay, gut. Kommt, meine Freunde. Wenn ihr Seite an Seite mit unserem Clan kämpfen wollt, bieten wir euch gern unser Segen. Öffnet euch die Schlammsteine. Empfang die Weisheit des Landes und derer, die vor uns kamen. Das ist gut. Dieses Land spricht zu mir. Okay. Dieses Land spricht zu mir. Aber in einer Sprache, die mir noch fremd ist. Diese verdammten Hexenmeister haben mich schon. So, hier die Sachen gilt es auch noch zu machen. Würde ich machen. Auf jeden Fall. 71.000 EP ist ein Awards. Ähm. Ob es alle Oden getötet und Befrostwürfe aufgetaut. Macht keine Gefangenen. Die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Dann gibt nämlich auch nochmal gut EP. Okay. 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 Den kille ich jetzt glaube ich nicht. Das wird zu lange dauern. So. Aber es geht's. Schnell. Das wird uns sehen. So. So, dann kannst du die eigentlich auch mal hier mitnehmen. Und dann passt es dir auf. Okay, wir packen. So. 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 Das heißt jetzt nur noch zwei von den Viechern. Und drei Frostwürfe. Beziehungsweise noch vier. So. 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 In jedem Gebiet gibt es diese, ich glaube Kriegsgebiete oder Kriegsanstremungen, was es ist, ich habe keine Ahnung. Überall verteilt. Die sollte man auf jeden Fall alle mitnehmen. Atemlos durch die Nacht. So lange schnell der fällt. Der macht die Gäste. Glaub ich nicht so viel EP. Aber Ressourcen, die sicher nicht so frisch sind. Okay. So. 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 Und da kommt es. das war ein spielzeug kurz aber das hatte ich schon ich kann verkaufen kann man ja auch nicht ich bin gelöscht ok was war hier die durothan treffen das ist zu weit entfernt die das blut der wirst ist die Fähigkeit rutschen okay Das heißt, ich möchte jetzt alles hier platten, wenn wir gehen. Allesamt? Gut, dann haut sie platt. Jetzt haben wir alle einsam. Jetzt hat der Stein noch am Stein. Ich kann doch mal die Töte ist, ich suche. Okay. Ich wäre so gerne gewesen. So, das ist Wahnsinn, ne? Ah, den auch noch. Okay. Oh, die machen nicht gut Schaden her. Okay. 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 So. Kriegsstiefel. Ich glaube, die sind besser als meine, ne? Auf jeden Fall. Okay. Okay. So. Bannerplatz. Hier mache ich einen Platz. Was? Der Leichnam eines. Oh, da ist in der Lenk. Okay. Gut. Wir sind ja jede Menge von denen. Nein. Was ist das? Nein. Was ist das? Automatisch. Da. Da. Und der hier. Geht der auch noch? Naja. So. Da sind wir welche. Und dann hier. Ich brauche eins. So. Okay. Alle looten. Einmal. Lädt immer noch auf. Zweimal. Da dürfte noch einer liegen, ne? Ja. Jawohl. Super. Ist das jetzt in der Festung hier drin? Da hinten. Genau. Da ist der da vorne. Ja. 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 Da ist ja ein Fass. Da ist ein Fass. Lens. Ja. 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 Ich hoffe mal nicht, dass ich den irgendwie hier versehentlich pulle, nein. Und den hier müsste ich umhauen. Und den noch mitnehmen. Da drin ist noch einer. So, ich bin gestorben. Okay, umso besser. So, da drin. Okay. Let's do it. Okay. Let's do it. So, und das Öl jetzt. Das Beam hier rein. Was ist hier drin? Ja, genau. Oh Gott. Sieht aus, als könnte es alles brennen hier. Boah, das ist aber hartnäckig, ey. Oh Gott. 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 Assy irgendwie. Ja, gell, find's auch. So, ähm. Wo geb ich denn das ab? Jetzt die Kacke hier. Da lausen rum. So, wir fahren raus hier. So. Das ist jetzt hier irgendwo. Okay. Ich bin mal in der Feste. So, jetzt muss man so wie hier hochkommen. Oh Gott, oh Gott. So. Jetzt hat er es aufgegeben. Das ist gut. Und rein da. Dieses Land ist nicht mit anderen vergleichbar. So. Dann den Skrupellosen hier schlagen. Warte mal, muss ich ihn mitnehmen? Ne, dann muss ich nicht. So, und. Dann laufen wir jetzt. Ah, ich setze da ein Viecher. Damit es schneller geht. Also, ich will da auch fünf Minuten, okay? Okay. Ja, Mann. Die Horde hat hier einen Dienst zu leisten. So, und. Fühl die Horde töten. Und die Frostwolf-Orks bewaffnen. Tempo-Meisterschaft. Das klingt gut. So. Oh Mann, hier drin mitunter auch, ja, ne? Genau. Ich will auch nicht sein. Ich will auch nicht sein. halb gefressene ratte zwei sekunden 26 gesundheit ist aber nicht viel ist ja schon wieder respawn okay ok ok dann jetzt noch irgendwie so versklavten auch da drin wo sie denn ach du musst mir aufmachen ok oder nicht ach da stehen sie rum ok vorsehen ok ja Oh no, it's her. Hey, hier, Kollege, ich würde dich gern, ähm, nee, okay, dann lass es. Und frecki halt, qualvoll, Arschloch. So, also echt. So, ich dich mit, dich mit. Willkommen, Freunde der Forstwölfe. So, da sind auch noch zwei. So, da, zwei, ja. Und, wie viel sind es noch? Vier Stück. Dahinten sind noch welche. Und direkt hier vorne. Ja, gut. Du und dich noch. Ich glaub, kann man da hochlaufen? Kann man. Oh Gott, nee, kann man nicht. Gut, lass es. Wieso ist das? Wieso, wie ist das? So, ich glaub's. Da noch mit. Also, wir versuchen es. 아이� Und ihr noch. So, wunderbar. Dann sind die alle befreit. Na komm. Zupf doch da drüber. So. Das Blut der Frostwölfe ist dick. Und tötet den lieben Gorfog. In keinem der Beier. Ich bleibe hier und helfe den verwundeten Sklaven, die ihr befreit habt. Wie der hoch trippelt. Genauso steiler Gendung. Das kriegt der hin. Logisch. Ist klar. In deiner blinden Wut stürzt du dich meinen Ogern allein entgegen. Und er nimmt die Treppe. Warum nimmt er die Treppe? Ich erreich' dich im Blut deiner lächerlichen Armee. Sie werden dein Ende sein, kleiner, einsamer Wolf. Dein bezwungener Clan wird meines Glaubens sein. So, wir holen die Viecher hier rein. Und die sind nicht gelatzt. Die sind nightstand. Und dann schnau май. Warte, viel später, ne? Ohohoho! Das hat eine Artillerie. Feuer. So. Die Festung gehört uns! Komm ich brauche nur einen Volkensgefährten. Okay, trefft euch mit Durotan bei den Spielsfestungen. Wir sind uns singelt und verwundbar. Wir müssen uns verschanzen. Pöhr! Du bist zu zaghaft. Dann führe ich uns rüssig. Dann gehen wir es mal zurück. Ihr habt euch meinem Clan gegenüber als loyal und zu großem fähig erwiesen. Unsere Stellung in der Speerspießerfestung ist verwundbar und einige meiner stärksten Krieger sind meinem hitzköpfigen Bruder gefolgt. Im Kampf gegen Durotan, den Skrupellosen hat mich euer Können beeindruckt. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr weiterhin an meiner Seite kämpfen würdet. Ja klar, können wir machen. Ist kein Ding. So, wo bin der jetzt hin? Okay. Okay, hier rein. Da ist noch ein Schild. Ah, guck mal hier unten. Okay. Das Blut der Frostwölfe ist dick. Blanier Draka begegnet. Sagt ihr, ich komme bald zurück. So, der Prügler. Ach, das war ein Rainbow. Ah, stimmt. Die wurden ja auch hier gekennzeichnet. Okay. Dann würde ich sagen, verkaufe erstmal den ganzen Rotz, den du nicht mitgenommen hast. So, die Axt. So, die Axt. Ebenfalls. Komm, hier den Scheiß auch. Brauchste nicht. So, wunderbar. Wie geht's weiter, Kommandant? Oh. So, da habe ich immer noch den Buff, ne? Was den da sehen wir sowohl fürs. Den Ackopf haben wir natürlich durch den Schützenparlein. Heilig Schaden. Das ist gut. Noch mehr Schaden ist immer gut. Kann man nicht meckern. So, was steht denn hier auf dem Schild? Okay, tötet. Darum quetscht den Zerstörer. Guckst du mal, ob du da eine Gruppe findest. So, da gibt's auch noch Zeug. Es ist ein guter Tag zum Kämpfen. So, was muss man hier machen? So, was muss man hier machen? Oh, der hat auch noch was, okay? Okay, Europa töten. So, da gibt's auch noch einen Scheiß, wenn sie mal laufen. Okay. Da ist was eben. Da ist was eben. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Jawohl. Das ist Wahnsinn. Befreit die? Fest, klar. Wie mache ich denn das? Hängt der irgendwo fest? Ach, da ist eine Kugel. Ah, okay. Gut, gut. So, da sind auch noch welche. so. Okay. Wolfi, das teilt ja echt ordentlich aus. Das ist gut. 8 von 12, das heißt noch 4 Stück. So, dann passt das doch, dass du mich schon fertig gefasst. So. Und ich glaube ja noch. Großgeschmiede. Ach, die zählen nicht? Oder wie? Die anderen. Den noch im Rumpelmann. Okay. Das ist ja doof. Ich werde es mal wieder gelesen. Okay, das waren... Glaube ich alle. Ja. Können wir jetzt noch hier den lieben Moverick finden. Das war hinten. Genau. Besorgt den Schlüsseler von Sklavenmeister Thurgan. Sucht nach den Äxten. Was ist denn die Sache? Oh Mann, das Witz. Gehst du noch rein oder rauf? Das war nicht hier, ne? Das muss auch nirgendwo sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das muss irgendwo unten sein. Okay, also nicht hier. So, jetzt machen wir mal hier die Quest schon mal so weit ab. Aber wie komme ich denn dann da rein? Hat er da nicht gar noch drin? Muss ja. Vielleicht auch in der Nähe von seinem Käfig? Hier rein. Da sieht man aus. So. So. Lieber ein Nächster. Lassen wir jetzt nur noch ihn töten. Ich glaube, es ging hier durch. So. Bleibt dort stehen. Ich pull euch nicht. Ist alles cool. Wunderbar. Ja. Boah. Warum kommt der jetzt nicht durch diesen scheiß Stein durch? Meine Fresse. So. So. Ich glaube, hier ist noch oben. Ja. Da hinten. Läuft da rum. Und jetzt mal ein bisschen Fleisch ändern. Wie. Und dann... Ja. Uh. Ehm. Das muss ich jetzt bitte umlieb. Jetzt. Okay. Dice. Guck mal. Okay, dann heißt es jetzt den Käfig aufschließen. Und abgeben. So, und jetzt können wir es bei dir abgeben. Ja, nein, doch, vielleicht. Ja, sehr gut. Das sind ihr für 13. Und noch einen weiteren Anhänger für die Aktion. Sehr schön. Ja, das passt doch. Jetzt könnte ich ja theoretisch auch meinen Galisionsruhestein mal benutzen, um zu gucken, wie weit er ist mit der Quest. Ich bin hier, lauft mit dem Rudel. Dann mach das doch mal so zurückporten. Komm hier hin. Das war's, wie gesagt, mit Ashran. So, jetzt. Abgeschlafen. Sehr gut. Ach, EP-Fan-Anhänger? Gut. Segengewöhnliche Spezialisierung. Das klingt gut. Komm, probier mal. Auf 30 Minuten. Dann nehmen's das mit. Okidoki. Da ist noch Post. Vom Postmeister. So, was willst denn du jetzt? An der Dunkelspeerspalte. Das war die mit den Pets und das war der Knödel da drin, okay. Dann guck mal, wo du hin kannst. Gut, da hinten ist auch noch eine Geschichte, die würde ich gerne erst mal zu Ende machen. Da unten ist auch noch überall verteilt. Und hier das auch noch. Den Darmquetsch. Das können wir nochmal hier an Quests definieren. Dick's dabei. So. So. So, okay, jetzt. Jetzt müssen wir die killen, okay. So, und die sind jetzt wo? Hier unten. So, jetzt muss ich das. So, jetzt muss ich das. Ja, komm jetzt. So. So, der ist ja auch noch was. So, was mit dir? Okay, nochmal die Viecher befreien. So, was mit dir? So, wie macht man das? Einfach nur klicken. Wenn du auf den Wolf einprügeln, dann ist er befreit. So und nicht anders. So, hier ist es ähnlich. Patsch. So, ich brauche ein Ziel. Oh, natürlich kommst du jetzt eine Rehme. Oh, ich hasse das. Das ist so furchtbar. So, random. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sie trauen sich nur uns anzutreißen mit dem Großteil unseres Clowns Foxes. Sie schwebeln! Drei Stück. So, ich glaube, ich muss noch. Genau, zwei. Named Viecher umhauen. Aber erst mal die Wölfe hier. So. Grüße, Kommandant. Ich habe Kanzi. So, und der letzte noch. Muss ja auch irgendwo sein. So, hier. Er jetzt. Das ist zu weit entfernt. So, wir können hier zusammen. Wo ist das denn, das ist ja gut. Oh, nein. So, das ist ja gut. Was ist das, das ist doch? Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das war's. Okay. Da unten. Ich kann auch mal draufkloppen. Gut, dann... Ist das auch erledigt? So, ist aber beides bei ihm hier, ne? Ich bin für euch da. Ich bin für euch da. Ja, ja. Ich bin für euch da. Ich bin für euch da. Ich bin für euch da. So, da vorne. Sagt mir, was seht ihr? Einen toten Feuerelementar. Und was siehst du? Wer ist da? Ich bin's, dein Aleph. Lauft mit dem Ruh. So, da unten. 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 Dann mich eine Weili. So, da unten. Und wenn wir der Verbrauch ist noch сторону. Und wenn wir's tun wollen. Wie können wir unsere Verbraucheln abschliesslich? Was, da ist ja auch noch was. Was wollt ihr denn alle? Ich werde die erstmal hier abgeben. Ich glaube, ich müsste hier rein. Oder wo? Ne, jetzt irgendwie. Doch. Ah, stimmt. Dann will ich im ersten Mal hier mal schon den lieben Orak, bevor ich wieder zurückfliege, zur Festung. Das ist nicht so weit entfernt. So. Gut, dann ist er auch zurück. Dann gibst du da ab und dann machst du dir eins noch. Das war schon eine Rudel. Ist ja auch deine Nähe eigentlich. Passt das? Was braucht ihr? Arbeitstrupps bereit. Ja. 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 Bruder schätzt Stärke über alles und davon haben wir So, jetzt erstmal hier in das verschwundene Rudel So, kurz vor 97 Sehr schön So Weisen auch mitnehmen Ach, die kam ja auch Und die haben nur die Herze drin Sucht nach Zitterfelseltern im Frostfeuergrat Wollen wir uns nicht direkt drin Gibt es irgendwo rein? Ah ja, genau Okay Okay Ich bin jetzt hier. Und hier vorne. Hier ist der Wutte. Das hat wirklich ein... So, danke schön, so old. Okay, spawn recht schnell dann. Nichts wie raus. Schau zu spinnen. Lass mir mal Ruhe. So, vielleicht erreicht das ja schon. Für das Level Up. Jawohl, sehr gut. Level 97. Okay, und noch eine knappe Stunde. Führstufe 98, das sollte einfach was sein. Ganz entspannt. Gut, gehen wir weiter. Sicherung des Südens. Punkt. Gut. Okay. Oh, ein Hals. Mit Vielseitigkeits. Ja, zieh es an. Machen wir auch nicht. Aber das war anscheinend nur nicht die Truhe, ne? Oh, hier? Oh, da war da doch noch ne Truhe. Die man looten konnte. Mit Ressourcen drin. Zeit für Zeit, der Ton irgendwo oben drüber. Das haben wir nicht. Ne, ist ja auch egal. Komm, scheiß drauf. Weiter geht's. So. Hier unten. Jep. Jeder leistet seinen Beitrag. Wir kämpfen gemeinsam. Okay, da ist... ...eine Zuschauer. So ein, ein Flugpunkt, so rum. Okay. Was ist denn mit der Mutti da drin? Ne? Möchtet ihr vielleicht handeln? So, hier weiter. Braucht ihr Vorräte? So. Im Prinzip alles verkaufen. Und der letzte... ...ist hier hinten. So, was muss ich hier noch machen? Ich bin hier. Ich seh's. Für den Clan. Durchsucht die Knochenschlucht. Da unten liegt er. Was bringt das hier Haktor an? So, wir holen den Rehob. Wir holen den Rest im Leben. Okay. So, hier ist noch jemand. Wo ist er? Denagungs munitionen. Inspizieren. Wo ist die denn? Ich glaube, wo ich unten drunter hab. Ah ja, hier. Wir sind so gut jetzt noch. Oh, das ist so übertriebenst viel hier. Von den Werzen. Das kannst du euch mal alles mitnehmen. So. 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 Karg Blutfohr finden. Hier ein Gromgar. Hab ich auf den Skeletten hier eine Festung gebaut, ist auch cool. Grüße, Kommandant. Grüße, Kommandant. Wird gemacht. Oh, auf dem Einsatz. Was braucht ihr? Stets zu Diensten. Ich habe kein Ziel. Wie viel muss man sie töten? 25. Die Orks hier. Ich brauche ein Ziel. Da ist einiges. Und es gilt noch, den Bestiemeister zu töten. Ich bin ein Ziel. Ich bin ein Ziel. Ich bin ein Ziel. Na komm schon. Auf geht's. Sehr schön. Jetzt geht's weiter. Wo ist mein Rolf? Ähm. Nehrok. Jetzt noch befreien. Aber wenn die mithelfen, ne? Und dann liegen die alle schnell. So, Wolfie ist da vorne. Drei. Oh. oh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 dann das steht auch so rum okay ich brauche jetzt noch ein weiteres glaube ich dann habe ich genug um die ganzen das ist ich muss mehr Und die letzte. Wunderbar. Sehr gut. Okay. Wie viele Viecher habe ich noch? Drei Stück. So. Das war dran. Was war das jetzt? Was zieht mich denn da so hart runter? Was war das? Was war das? Was war das? Was hat mich jetzt so hart runtergeknüppelt? Ich raff's nicht. Ah, egal. Okay. Okay. So, zwei Stück noch. Und der letzte. Okay. Was braucht ihr? Wie geht's weiter, Kommandant? Lauf mit den Rudel. Gut. Es ist fertig. Sehr schön. Dann kannst du hier mal zurück in die Garnison. Und... Und... Dann ist auch nicht mehr viel. Hier geht's in der Nacht. 98. So. Knappe zwei Stunden. Das ist auch gut. Das lobe ich mir. Und unten ist nur eine Quest. Okay. Okay. Jetzt haben wir drei geformtes Pflanzenmaterial. Was ist das über vier oder ist das? Oh, über fünf. Okay. Das ist komplett random. So, lieber Frosthauer, gehen wir mal nicht auf den Sack. Dankeschön. Okay. So. Acht Stück noch. Okay. Okay. So, acht Stück noch. Und der gibt jetzt drei. Pass auf. Guck mal, hast du noch eine Quest zum abgeben? Das passt doch sehr gut. Dann gib mal ab. Dann machst du die zuerst vor dem Lagerfeuer. Dafür, zuerst, zuerst. Und sich um unsere Kleine kümmert. Bam, hier rein. Bleibt, wir sind im Krieg. Mehr denn je gehört eure Familie an eure Seite. So, habe ich das noch nie betrachtet. Ihr sollt ein merkwürdiger grüner Ork. Voll verkackt, natürlich. Was auch sonst? So, den. Hast du erledigt. So, das würde ich gerne mitnehmen. 81, 84, 87, 88 klappt bestimmt nicht. War so, nie im Leben. Okay, ähm, das ist nicht. Das war die Pet-Geschichte. Okay, das heißt. Hier drüben ist noch. Was war der denn jetzt? Tötet Steinzahn in der Garnisionsmine. Okay. Ist nicht mehr da. Okay. 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 But jetzt, wo ist es? Was ist es? Okay. 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 Okay, okay. Ich will nicht mehr, wo ich so denn schaue, oder? So, wie man ja Steins sahen. Guck mal, lass dich klatschen. Gut. Ich glaube, da kam jetzt auch die Mine irgendwie hier. Die konnte man dann aufwerten und dann gab es ja auch noch ein paar Ärzte zum abbauen. Und da konnten sie glaube ich Ärzte auch liefern lassen. So. Super. Frostfallmine Stufe 1. Sehr schön. Auch freigespielt. Mit dem Herzen, man sieht's. Gut. Dann würde ich sagen, geht's weiter zu dem Flugpunkt. Flugpunkt. Ja. Cliffpunkt. Gibst du mal. Die knirschenden Ebenen entdeckt. So, hier gibt es noch. Komm, das machst du noch. Dann ist auf jeden Fall hier das Level-Up am Start. So, abgeben. Hallo, Mann. Hallo, Mann. So, das nimmst du jetzt. Das nimmst du jetzt. Mann, er sieht er sich ja. Ich glaube auch. Ähm, der Flugpunkt. So. Und ab dafür. Zwar, es gibt noch 71 Gold. Das ist auch nochmal ein Wort. So, und, aber wie gesagt auch noch 73.000 EP. Das heißt, ich wäre dann ein gutes Stückchen weiter. So, was muss man machen? Grimm-Frost-Uger töten und die Gefangenen-Frost-Wölfe befreien. Das war alles hier oben in der Festung, glaube ich. Hm. Okay, babies. Das war alles. Oh, man. Das ist ja eigentlich auch gar nicht mehr so viele. Acht Stück ist ja draufgekackt und hingeschissen. Sehr wenig. So, und drei Wölfe. Der evadet fröhlich. So, zwei vor drei. Oder würde ich sagen, nimmst du die doch mal hier ganz entspannt mit. Ja, wunderbar. Sehr gut. Und der letzte Wolf. Wir sehen, sehr schön. Und Stufe 98. Wer jetzt erreicht. Sehr gut. Na ja. So, wer das noch ist. Oh ja. Okay. Dann ist das hier wunderbar. Wunderbar. Alles erledigt. Stufe 98. Ein Traum. Dann würde ich sagen. Ja. Passt doch super. Na ja, ja, ja. Hier machst du dann hier einen Break und gut erholt geht es dann hier morgen direkt weiter. So, ich bin guter. So, ich bin guter Dinge. Ab heute sind es nur noch sechs Wochen, die ich Zeit habe bis zum Ende des Events. Und ja, Stufe 98 schon am Start. Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, ich kriege das hin. Ähm, 110. Nächste Woche Mittwoch wäre das Ziel. Ich bin gespannt. Ich vermute echt, dass ab Stufe 100 das ganze Ding sich zu ziehen anfängt. Und ich habe so ein starkes Gefühl. Naja, mal gucken. Wird sich zeigen. Dann bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Bis dahin. Macht es gut. Und ciao, ciao.